hey ho und herzlich willkommen zurück zu tales of berseria und wie immer starten wir mit einer expeditions erkundung was wir also raus haben ein neues rezept das bagest paella und ziemlich viele fertigkeit für nächste reise die wir nutzen gleich finden wir dann auch den nächsten schatz im letzten part ist ziemlich einiges passiert deswegen würde ich einfach sagen guckt euch den an bevor ich jetzt versuche das irgendwie zusammenzufassen und ich bin ruhig ja 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 Ich habe mich schon von dem Gehba geschenkt, weil es nicht so gut, dass ich mich nicht verletzt, was ich nicht verletzt. Ich glaube, es ist doch der Fall. Ich kann es nicht verletzure, wenn man Gehba hat. Ja, ich weiß nicht, dass man Gehba ist, wenn ich Gehba hatte. Ich kann es gut, was ich mich verletzure. Das ist doch ein Beispiel. WDR mediagroup GmbH Gut, ich habe den Begräu, ich werde mit meiner左 Seite sehen. Ja, das ist für mich, der Begräu. Ich bin hier, oder? Ich bin hier, oder? Ich bin nicht so gut, oder? Ich bin so gut, oder? Ich bin sehr glücklich, oder? Yuyo! Huff, Velvete... Du bist schon okay, oder? Ja, du hast die Augen zurückgekehrt. Aber... ... ist das so schrecklich zu sehen? H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Ich finde es beim Zahnarzt auch nicht toll, aber hey! Aber es gibt sicher etwas Schlimmeres. Wann, na gut! Nicht unsere Entscheidung. Bin ich mal gespannt, wie wir hier wieder rauskommen. David hat ja uns einen Ausgang geschaffen, in dem er ja irgendwie reingekommen ist. Bin ich mal gespannt, wo wir eigentlich jetzt ganz genau sind. Das Ganze habe ich das, glaube ich, nicht verstanden. Aber das werden wir wahrscheinlich noch sehen, schräg schräg herausfinden. Auf jeden Fall hier noch eine... Uh, ein Alexier! Kann ich eh ein Item, was wir nie benutzen werden! Wow! Ob das ein bisschen dichter war? Übrigens, falls ich was an der Qualität geändert haben sollte, ich habe den Kodierer mal gewechselt beim Aufnehmen. Ich hoffe, dass mal alles besser wird. Welcher Mensch ist der? Ich habe zuerst auf mich mit der Tereza-Sama, die Tereza-Sama ist der Tereza-Sama. Der Mann ist der 1, aber ich 2. Oh? Du bist der Zahnarzt? Und die Tereza-Sama ist der Tereza-Sama. Und das war auch zu Nora. Ich habe mich mit den Vellbetten gesehen. Ja. Ich habe mich mit den Vellbetten, aber ich glaube, dass ich nicht in der 1.5 Uhr gehen kann. Ich bin der Zeit, die Geist des 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 Geist. Aber ich bin nur ein Kind, die ich hierher stand, sondern ich bin nur ein Kind. Ich bin hier frei, weil ich eine andere Frau für dich für dich. Ich bin irgendwie... Zavida? Okay. Darf ich dir die ganze Zeit auf Falter ausgesprochen mit Zavid, wenn es eigentlich Zavida heißt. Aber na gut. Jetzt noch hinten schnell eine Truhe und dann haben wir hier schon wieder 5 Minuten vertrödelt. Die hat die Stelle umgedreht als ich gedacht habe. Was sag ich? Wollte die Höllenklaue machen? Kommt ich auch mal bitte? Oh, ja. Oh, ja. Ah, war es doch wieder schnell und loggerfloppig geschafft. Auch nichts neues, großartiges bekommen. Jetzt wissen wir aber, dass in den Bronzene Truhen auch Elixiere sein können. Das ist sehr praktisch. Das heißt, die Bronzene Truhe doch nicht so ignorieren, wie ich die ganze Zeit schon getan habe. Schade eigentlich. Jetzt habe ich doch wieder den Drang, jede Bronzene Truhe zu finden. Oder jede Truhe. An für sich. So, wir haben es hier gleich schon wieder geschafft. Ich gehe mal davon aus, dass es kommt noch an. Jetzt gibt es hier. Ja. Ja, Life Set. Ich weiß nicht, ob er die Namen hat. Ich geh mal an, was ich an der Niveau an. Oh, ich kann mich nicht daran denken. Ich glaube, dass ich eine Niveau an herauslegte. Ja. Ich habe mir gesagt, dass ich die Niveau an, was ich an der Niveau an. Okay, ich bin auf mir. Wie heißt, dass ich ein Niveau an? Ich denke, dass ich ein Niveau an. Das Niveau anw. Es ist einfach so, dass ich ein Niveau an einfach. Das ist doch kein Wunscher. Das ist dann ein Wunscher-Greis. Das ist dann ein Wunscher-Greis. Ich weiß, was ich nicht mehr so gut. Das ist das Wunscher-Greis. Ich-chan, Ich-chie oder N-chan. Was ist die NAN? NAN.1-NAN. Ich habe das Wunscher-Greis. Ich denke, dass ich nicht mehr für die 1.5-Mitgliede. Wie ist das denn? Ich bin ein bisschen schön. Ich bin ein bisschen schön. Ich bin ein bisschen schön. Nein, das ist ziemlich schön. Wenn man nicht mehr so gut, dann ist das Ocup. Das ist gut, dass ich mich so gut. Das ist gut. Dann ist es der Name der Schäupte 1. Das ist der Name der Schäupte. Das ist doch nicht so gut. Ich weiß nicht, dass ich so gut. Ich bin sehr froh, aber ich bin sehr froh, dass es nicht so schön ist. Wie ist das denn? Wie soll ich das so sagen? Das ist das Böse, meine Frau. Ich glaube, dass es nicht so schön ist. Wie ist der Silber? Der Silber? Der Silber ist auch der Kugel. Der Silber ist auch der Kugel und der Kugel. Ich verstehe. Ich denke, dass es gut ist. Das war's für heute. Ich glaube, dass ich mein Name überlegt habe. Das ist gut. Ich mache mir selbst selbst. Das ist Aizen, oder? Ich habe mir das Aizen erzählt. Ich habe mir das Wort Aizen erzählt. Ich habe das Wort. Ich habe das Wort. Magir! Ich glaube, wenn ich mich überrascht, was du gemacht hast, was du? Du hast mich geholfen. Du hast du nicht gehört? Ich glaube, ich glaube, dass du nicht mehr Geld hast, aber... Ich glaube, dass du mit Melchior warst. Ich glaube, dass du sehr gut warst. Das heißt, dieser wundervoll ist es so ein ZDF. Ich warte, mich hat das alles versucht. Das ist immer noch immer, was ich... Ich bin... Ich bin... Ich bin zu sehen. Ah, du hast du hast. Du bist als ein ZDF. Was hast du über das ZDF-Sich-Gerchen von der ZDF-Sich-Gerchen? Du hast du mit mir gedacht. Du hast sie mir gemacht. Du hast es immer von der ZDF-Sich-Gerchen. ... Ich habe keine Angst vorgelegt! Sie haben uns gebraucht, oder? Nein, ich habe gesagt, Loni! Ich habe mich für mich gewohnt. Ich habe mich nicht gewohnt. Ich habe mich für mich gewohnt. Ich habe mich für mich. Ich habe mich für mich gewohnt, oder? Ja, das stimmt. Ich meine, es hat schon einiges getan. Teleport oder? Jupp. Jetzt gelandet. Ich würde schon fast sagen, am Arsch der Welt. Aber... Was ist das da oben? Sieht aus wie ein Gefängnis. Ein Drache. Okay. Sie haben ihn verletzt. Sie haben ihn mit dem Kuh-Mas. Was ist das für mich? Sie haben die Hüte zu verletzt. Sie sind die Hüte zu verletzt. Sie sind die Hüte zu verletzt. Sie sind die Hüte zu verletzt? Sie sind die Hüte zu verletzt. Sie sind das natürliche Worte. Ich habe nicht gesagt, Sie sind nicht verletzt. Das ist gut. Sie sind auch keine Hüte zu verletzt. Die Hüte zu verletzt? Sie sind gut. Sie sind die Hüte. Sie sind zu verletzt. Und du kannst auch das auch noch gegen die Welt schützen? Das ist das, was du. Du kannst auch die Seinheit verletzen. Eine Frau, oder? Ich habe eine Frage, aber... Ich bin der Kano-Nusik, der Kano-Nusik, die sich auf dem Weg zu verletzen, und die Kraft zu erledigen. Und wenn man nicht mehr, wie ist der Kano-Nusik? Sie werden nicht mehr essen. Sie werden nicht mehr... Aber dann wird es, der Kano主, die Kraft haben und man auch die Gehrein zu lösen. Ich muss die Gehrein zu geben, was immer noch die Gehrein zu lassen. Wenn man die Gehrein zu lösen, dann muss man das Gehrein zu lösen. Zum Beispiel, der Gehrein der Gehrein zu lösen. Das ist das, was man zu lösen, die Gehrein zu lösen. Was ist das? Es ist nur ein Verständnis, aber es gibt eine Frau. Ich habe mich mit dem Geist. Ich bin für die Welt, was ich für die Welt ist? Was war das, was ich glaubte? Ich habe nur die Strecke ausgedrückt. Elenoa, bitte schön. Ich bin auch gut, Def. Ich bin auch gut, Def. Ich glaube, dass du das Geist gemacht hast, was du mit dem Geist zu tun hast. Ich habe keine Rede gesagt. Das ist nicht nur für Erenoa, was du für dich! Aber wenn du nur ein Kuma bist, nicht nur ein Dramatisches Dramatisches, dann kannst du das, was du herausfinden kannst. Ja. Und du verstehst du das? Ich verstehe doch nicht! Ich kann es nicht mehr zu befreien. Es ist sehr gefährlich. Ich verstehe. Ich bin sicher. von der Abtei insgesamt. Jetzt hat ja auch fast alles so funktioniert, wie sie es gerne gehabt hätten. Traubengelee, jawohl. Ach schade. Aber zumindest kein Hinterhalt. Die Abtei ist auf jeden Fall ein gut durchdachten Plan eigentlich. Auch funktionieren würde, wenn halt Velvet nicht wäre. Ich schätze ja die Frage, ist das in Ordnung, die Emotionen und das, was ein Mensch sein ausmacht, dazu unterdrücken oder eben nicht? Dafür gibt es Friede und keine Ahnung. Also ich habe es. Verdammt. Ich würde zum Beispiel die ganzen Religionen zum Beispiel jetzt der Ausmerzen hört sich gerade ein bisschen zu drastisch an. Aber ich bin halt der Meinung, wenn es keine Religion geben würde, wird es auch weniger Streit und Hass geben. Wo das lustigerweise, alle Religionen sagen ja eigentlich, die wollen eben was anderes. Wir wollen keinen Hass und Streit, sondern gut, manche wollen die Ungläubigen töten. Aber ich meine, das ist ja schon fast egal, ob jetzt Muslime oder zum Beispiel Christen. Ich meine, Christen haben ja auch Kreuzsüge gefahren gegen Ungläubige. Das ist halt alles zu schwachsinn. Das ist halt alles zu schwachsinn. Das ist halt alles zu schwachsinn. Wir haben das, was wir nicht tun. Aber ich würde sagen, dass wir die Geschichte nicht so schwachsinn haben, dass die Menschen auch nicht zu sein. Also, dass Sie auch die Einzelung oder die Tiere leben- und die Tiere leben- oder die Tiere leben-? Das ist es, was man mit der Tiere leben- oder die Tiere leben-? Das ist ja, das ist ja. Aber ich glaube, wenn wir sagen, dass wir geschenkt haben, wie bei uns der Hunde leben- oder die Hunde leben- oder die Hunde leben-? Ja. Ich bin mir sicher, dass ich mich für die Zeit schaffne. Hieee! Ich bin mir nicht zufrieden! Ich bin der All-Wertrug, die ich schaffne! Das ist ein Kind, der der Welt, der Erste, die ich für die Erste. Ich habe die Vergangenheit in den Vergangenheit. Aber es ist nichts anderes. Ich habe mich auch auf dem Vergangenheit und auf den Vergangenheit. Ich bin... ich bin... Ja, genau. Es ist kein anderer. Du bist Fii. Hey,副長! Was ist das, was der Zunon-Gouma der Zunon-Gouma der Zunon-Gouma? Ich verstehe nicht. Ich hatte einen Moment, aber ich hatte ein wunderschönes Gefühl. Hast du das nicht? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Es musste seid ihr Monday, aber der Zunon-Gouma war die Zunon-Gouma, Jochen, der này ist besser. Ich denke, ich denke Sacağım zu mir war. Die Zielur, sind sie und ich glaube nicht Er ist... Ist das okay, Aizen? Der Gesicht ist schlecht. Nein... Es ist kein Problem. Jetzt ist es ein Problem von hier raus. Gehen Sie los. Es kommt wieder hoch. Es ist nur das große Unterbrechen des Palavas, aber ja. Hast du was besonderes von uns? Quatsch am Reif. Oh, Tobas am Reif. Tobi. Klapp. Und hast du was besonderes vor uns? Schleife, Topass, Gürtel, Ohrringe und so weiter und so. Was ich dafür ausgeben möchte eigentlich. Feuer. Noch ein Preisnachlass und Objekte erhalten auf Pumper, ein schwerer Anhänger der Träger erlaubt schnell an Stärke zu gewinnen. Zieht viel Aufmerksamkeit auf sich, okay. Das heißt, Waffen haben wir keine für sie neue. Geht noch nichts gelohnt. Geht so, die Lernvergeschwindigkeit, gut, Prioritäten haben sich gerade geändert. Brustgürtel, Lernvergeschwindigkeit, ja, das ist wichtig. Also ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Topass Sachen, äh leider nicht. Leider Gottes nicht, Schaldrehen, was macht denn der Flü- Ding? Fähigkeit, okay. Das Papier, das bekommst du natürlich. Geist der Dolche. Das ist schon Lernvergeschwindigkeit. Keine Lernvergeschwindigkeit. Oh, das ist Artangriff, oh gut. Auch keiner, okay, wird schon okay sein, so. Danke. Aber dann laufen wir. Was sind wir denn eigentlich landet? Und Hexnen ist okay. 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 Go, go, Power Rangers. Noch mal. E, Koma? E, Koma? Let's just check it out. Oh, das ist kein Richtig. So, ichνηbier. Ich bin komplett gegründet. Ich bin komplett bei Arten. Langsisch. Und dann kam. Dann kam. ない Koma. Du, ich bin 두main. Der Geruch ist, das ist genau so. Erstens, deja lass micholutt. Kano-Nutsu! Hahahaha... Nein... Ich bin gefährlich... Hio... Stopp! Diese Frau ist ein Drakon! Ich habe das gemacht, dass ich von Teresas erneut habe. Das ist auch ein Verbrauch für die Verbrauchung. Ah! Ja, dein Massen Erhaltungssatz bleibt ja nicht gegeben. Aber wir bringen da mal hinweg. Kano-Nutsu... Ihr... Ziemann Kano-Nutsu... Komo-Nutsu... Komo-Nutsu-Dragon... Ich glaube, es ist schlecht aus dem Tod. Ich glaube, es ist gut, dass ich mich nicht verletzen kann. Es ist gut, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich glaube, wir werden nicht verletzen können, wie diese Frau ist. Ich habe eine Art Schufe zu fangen. Aber wir werden nicht verletzen. Ich werde den Schufe mit Herrn, dass du mich nicht verletzen kannst. Oh, mein Schufe! Das ist nicht so, als ich seine Frau schweige. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Zabida! 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 Hey, sehr viel zu騒gen! Das ist kein Problem. Wir sind los. Einer hat den anderen, das ist nur ein Drache gerade. Der Indominate ist ja gerade nicht da. Zum Glück passt das Team, aber... War ich mir gerade nicht mehr sicher, ob das Team noch passt, aber doch. Gut, ich sehe viel, nicht gar nichts. Aber gegen den Drachen sollte man schaffen. Wir sind ja mittlerweile auch recht stark geworden. Au. Ah, der kann sich heilen. Nicht ärgerlich. Häää? Ah! Häää? Ich bin schon wieder zurückgegangen! Ich kann nicht den Wegnehmen, aber es ist das Ziel! Ich habe mir gesagt, dass du es nicht verletzt. Ich bin die Zabiee! Ich werde versuchen, die Rechte zu blockieren. Alleine alle schatten Drakken. Ich bin nur einig. Ich bin nur einig. Ich bin auch einig. Das ist nicht mein Geist. Das ist mein Geist. Ich kann mich verletzen, Fii. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Okay, jetzt ohne. Duffy. Deine riesigen Schokoladentafel. Wer wollte deine Schokolade noch mal? Ich kann nicht mal betäuben oder so. Mach mal ein Eisen her. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Schaden gegen Drachen. Oh, war schon ein schlechter Schaden. Aber er heilt sich wieder. Jetzt haben wir ja Glück. Oh, er macht gerade Gutschaden. Er macht mir an. Ja, okay. Sowas dachte ich mir schon. Das war schon leicht stark. Ähm, Trance ist lebend. Trance ist lebend. Jetzt ist noch eins. Kriegen wir das denn noch? Nice. Quickness. Quickness ist praktisch. Das war schon. Hier. 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 Alter, was hat denn das für eine Reichweite? Nicht schlecht. Egal, aber Geschwindigkeitsboost ist echt praktisch. War wirklich schon auf null? Ich bin mir grad nicht sicher. Ich bin mir grad nicht sicher. Ich bin mir egal, aber ich bin mir sicher. Wenn man dich schwebt, dann muss ich mir nicht mehr, wenn man mich einfach nicht mehr schwebt. Oh, das ist schwebt. Ich weiß auch nicht, dass du dünnst! Du bist so mit ihr? Ich weiß es, wie ich meine Frau. Ich weiß. Aber ich kann nicht sagen. Ich bin nicht so gut. Das ist gut. Ich bin ein. Wenn ich ein, ich bin ein. Ich bin ein. Eine Maschinen? Das ist das, was du! Was? Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein Völven! Ich bin der Nichts Mache! Ich bin der Arschluss! Was? Ich bin der Beteil! Ich bin der Beteil! Ich bin der Beteil! Wir sind der Beteil. Ich bin der Beteil! Ich bin der Beteil! Ja, das war's. Ich werde dich für dich aufhören. Lasset! Was ist das? Ich habe mich verletzt. Geh! 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 Die Läuterung. Sie haben geblieben. Das ist ein Spanier. Sie haben... Sie haben... Ich hab es nichtständig. Ich hab es nicht mehr als die Schm genutzt. Du bist ein Schmuck, aber auch das Schmuck. Ich habe nur ein Schmuck, wenn man etwas schlägt. Wenn du nicht die Schmuck, dann kann ich es nicht mehr schlafen. Bekut ich es, wenn du im Leben gerät, kannst du nicht wissen. Ich kann nicht mehr greifen. Wenn nichts zu tun, wird ich nicht etwas Leides. Ansonnestell in den Kano-Nuszen, können wir noch nicht von den Türen und Kano-Nuszenできない. Aber jetzt sind sie so gerade im Selbstmachstum. Ich kann die Waffe rausgehen. Das kann ich nicht mehrmals aufbauen. Ich wende... Ich bin nur mit einemика-Zu-Me-Gies-Cup-Aus. Das war's für mich. Ich habe mich nicht nur mit dem Verletzten, aber ich kann mich nicht nur mit dem Verletzten, sondern auch mit dem Verletzten. Nein, aber erstens... Erstens, ich habe ihn. Ich habe ihn mit dem Liefset zu töten. Ich habe ihn mit dem Frau. Ich habe ihn mit dem Frau unterstützt. Für die Hexen sind es so nah. Respekt. Ah... Das ist nicht so gut! Die 100-Gardus-Wirrehen bei 100-Gardus-Wirrehen sind durch die großen Schmerzen! Das ist sehr sehr, was ich zufrieden. Und jetzt? Was soll das jetzt machen? Das ist nicht anders. Wir haben einen Kano-Nus, und haben einen Kano-Nus. Der Kano-Nus hat sich die Kano-Nus-Wirrehen, hat sich die Kano-Nus-Wirren zu verabschieden. Ich denke, der Kano-Nus ist ein Kano-Nus-Wirren. Wir wollen uns mit den Kano-Nus-Wirren und uns mit den Kano-Nus-Wirren. Das ist gut. Ja, ich glaube, dass dieser Gowma ist... Also, ich würde es nicht sagen, dass ich mich nicht mehr überraschend bin. Es war ein sehr langes Wettbewerb. Also, dass ich mich nicht mehr überraschend bin. Also, dass ich mich nicht mehr überraschend bin. Ich bin heute Abend. Erenoa, ich bitte einen Lifeset. Wenn du dich mit dir holst? Ich bitte einen Lifeset für dich. Ich bitte... Ich verstehe. Untertitelung des ZDF, 2020